ein herzliches willkommen zurück let's play penumbra und wir sind hier keine ahnung wo wir sind ich habe schon länger nicht mehr gespielt und hier ist irgendwas bei meiner maus so es hakelt ach was ist denn hier irgendwas ist bei meinem tisch so jetzt aber es hakelt ein bisschen kommt mir so vor ja das hakelt wirklich ein bisschen so wir sollten jetzt hier durch hallo wie komme ich hier durch stapeln wieder mal naja die freige frame rate ist im keller weil ich gerade ein spiel runterlade aber jetzt geht's ja jetzt wir sollten jetzt hier durch ich mach mal das denn am klügsten ich setze das jetzt mal hierhin dann baue ich mir hier noch eine treppe ne das baue ich hier drauf ah nö nicht drehen dreh dich dreh dich dreh dich es will sich nicht drehen wieso willst du dich nicht drehen dreh dich dreh dich ach die steuerung ist echt etwas es dreht sich einfach nicht es will sich einfach nicht drehen na dann mache ich das mir dann mit meinen unendlichen intelligenzquotienten einfach so ha ha angeschmiert oh scheißteil so dann fliege ich in die luft dann packen wir das hier langsam so hierhin ja ich weiß wirklich nicht mehr genau ich habe jetzt seit zwei tagen nicht mehr gespielt weil ich da ist hier aufgenommen habe und ich mache dann auch noch kommt black light dazu das ist so ein free-to-play shooter der wurde mir wärmstens empfohlen dass der nicht schlecht sein soll und der kommt dann als nächstes den mache ich auch noch dazu dann schauen wir mal wie der so ist auch das hält das hält dann versuchen wir es einfach mal ah ja 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 hier bleibt hier ja ja komm zurück komm zurück ich will die tussi bei titanic kommt zurück Komm zurück. Nicht, dass ich Titanic-Guck rühre. Ja, da fliege ich hundertprozentig in die Luft. Ha, ha. Ho! Nicht mal! Yay! Und jetzt ist die Tür verschlossen. Ich, ich... Geh mal so hin. Welche Seite geht denn die Tür überhaupt auf? Oh. Oh, oh. Ne, hier ist nix. Tür zu! Ha, ha, ha. Ich will ja nicht rein. Raus. Oh Gott. Der sieht nicht mehr gesund aus, der Kollege. Oh, 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 äh, 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 Gasmaske, 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 Gasmaske. Hab ich die jetzt schon aufgesetzt? Oh, na toll. Ah. Äh. Wieso ist die Musik zu scheiße? Was ist mit dem hier? Hallo? Es sieht wie sein Gesicht ist. I think I'm going to be sick. Ja, mir wird auch gleich schlecht. Ha, ich kotze mir in die Gasmaske. Und beim Militär hätte ich jetzt schon wieder eine auf den Deckel bekommen. Denn uns wurde da sehr gut eingetrichtet, dass das keine Gasmaske, sondern eine Schutzmaske ist. Denn wenn es eine Gasmaske wäre, bräuchte man sie ja nicht. Was ist das? Ein Power Switch. Oh, danke. Kann ich den auch benutzen? Den Power Switch? Was ist das? Ja, toll. Ah, okay. Jetzt sieht hier der Laser aus. Ah, nö. Aber jetzt könnte ich die eigentlich absetzen, oder? Ich sollte die Tür hier zumachen. Tür. Zu. So. Jetzt muss ich den ganzen Krempel hier wieder rüberräumen, oder was? Ein Power Switch. Ja, danke. Ich speichere mal zwisch. Zäh, ich mach mal zwischenspeichern. Ähm, ja, dann. Jaja. Äh. Ich muss hier, äh. Was war das gerade? Keine Ahnung. Ja, wir machen jetzt hier weiter. So, dann stapeln wir mal. Äh, ich kann die sogar heben. Okay. Ist also nicht schwer. Ich stapel dann hier das mal. So. Dann komm runter. Weg. Äh. 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 Hulk ist wütend. Äh. Äh. So, rauf hier. Mein Freund. Mein kistiger, klobiger Freund. Dann nehmen wir hier. Treten wir das Ganze in die Tonne. So. Mal sehen, ob ich dann hier raufkomme. Das wäre ja sehr einfach gewesen. Aber ich weiß jetzt auch, ehrlich gesagt, auch gar nicht, was mir das bringt. Ja. Uh. Ja, Power Switch. Danke. Aber ich kann die nicht benutzen. Toll, bin ich jetzt sowas von umsonst hier raufgeklettert. Was? Fängt ja schon gut an. So. Was zum Teufel klettert hier durch die Gegend. Das sind bestimmt die kleinen Drecksviecher, die mir da in den Eiern... Oh Gott, das hasse ich. Ich hasse das Geräusch. Die kleinen Drecksviecher, die da in den Eiern rumeiern. In den Eiern rumeiern. Das ist auch ein sehr intelligenter Satz von mir. Ach, jetzt ist ja überall das Ding aus. Und was? Ja, was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Oh Gott. 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 Oh, ich kann das auch nicht mehr hinschalten. Scheiße. Wie, 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 wie wehre ich mich jetzt? Das kann ich hier irgendwo... Ich habe doch eine Axt auch mal gehabt. Nö, habe ich nicht. Scheiße. Ah, eine Säge. Äh, 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 äh. Ich glaube nicht, dass ich das Blut hier haben will. Okay. Ähm. Also jetzt sehr schön hier drin. Das gefällt mir wirklich sehr gut, aber, äh. Ach, scheiße. Ich hasse die Tiere. Wie wehre ich mich überhaupt gegen diese kleinen... ...verkackten... ...zecken? Kann der hier hoch? Kommt der hier hoch? Oh! Oh! Hä? Das ist das größte Spaß, das ich in meinem ganzen Leben hatte. Hahaha. Hahaha. Aber du hast nicht so viel gesehen. Äh. Hahaha. 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 Sehr witzig, ja? Muss ich sagen. Äh. Hm. Ganz ehrlich, das war echt lustig jetzt gerade. Ich hab mich vor lauter Lachen direkt eingekackt. Äh. Bleibst du unten. Unten, unten, unten bleiben! Nö. Was ist eigentlich das hier? Gar nix. Und dann gehen wir halt raus. Und den kann ich hier anscheinend nicht benutzen. Wo, du warst jetzt gerade eine Hand hier? Nö. Ja, Power-Switch, weckt mich doch. Ja, dann gehen wir halt hier wieder runter. Und ich weiß nicht mehr... Oh ne, da draußen ist das Vieh, glaub ich, oder? Oh Gott. Oh Mann, es ist 3 Uhr morgens, wieso tu ich mir das an? Es ist Samstag, 3 Uhr morgens, und wieso bin ich nicht besoffen, verdammte Scheiße? Oh, 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 oh. Ich bin nicht mehr... Ich bin nicht mehr... Ich bin nicht mehr... Ladebildschirm, ihr seht den wahrscheinlich wieder nicht. Ist aber nichts Wichtiges, hier steht nur Loading. Äh, immer noch Loading. Ist mir jetzt das Spiel abgekackt, oder loadet das so lange? Oh 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 je. Hier war das scheiß Vieh. Hallo? 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 Vielleicht ist es nur eine Minute, aber ich denke, ich kann etwas von dahin hören. Okay, dann gehen wir hier nicht rein. Ah! Scheißdreck! Goddammit! Fuck! 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 Hada Wada Fuck! Hada Wada Fuck! Wo soll ich hin? Hada Wada Hada Wada Mein junges Herz Mein junges Herz ist gerade untergefallen. Oh Gott! Oh Gott! Hier waren wir doch auch schon, oder? Ja hier haben wir angefangen. Ach verdammte Kacke. Wir sind wohl aufgewacht. Scheiße! Aber hier ist schon mal was sehr Wichtiges, was ich jetzt brauche. Hör ab! Pfff! 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 Scheiße! 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 Wir haben hier wieder raus. Habe hier irgendwas vergessen! Pfff! Pfff! Wieso unterbricht plötzlich der Arsch durch die Tür? Was ist jetzt der Arsch? War ich eigentlich hier schon drin? Nö. Aber gut, dann geht's nicht. Okay. Dann war ich hier aber auch noch nicht. Ich dachte eigentlich, ich komme von hier. Aber dann habe ich mich... Ah ja, da brauchen wir nicht gehen. Ah, das kann man... Ah, oh man. Oh man. The shelter. Okay. In Firmity, Residential Area, Computer Central, Library, Storage, Machine Room, Residential Corridor, Ah, Emergency, Airlock. Nö. Da war ich aber auch noch nicht. Das ist eine Glasscheibe, die kann nicht mit irgendwas zu deppern. Wie praktisch das hier? Oh, nette Steine liegen. Wo? Wo? Okay. Ah. Ich lasse euch das wieder durchlesen. Ah. Okay. Ich lasse euch das wieder durchlesen. Ah. Ah. Oh nein, Blinklicht. Ich hasse es. Hallo? Hallo, hallo? Ich bin nur der Postbote. Ich hab hier ein Paket für sie. Hallo? Hilfe! Hilfe! Äh, 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 was? 3061. 3061, 3061. Okay, ich merk mir das jetzt. 3061. Hallo? 3061. Oh, Mann. War ich hier schon? Ich mach mal das weg. Ich glaub, hier komm ich rein. Äh, so. Wieder raus. 3061. Ich hab mich total verlaufen. 3061. Oh, God. Sieht ja sehr gesund aus da drin. Machine Room. Ah. Tür zu. Tür auf. Tür zu. Tür auf. Ähm. Was uns dahinter erwartet, seht ihr alle und ich auch. Im nächsten Part von Let's Play Penumbra. Penumbraaaa! Wie ich es auch gerne nenne. Danke fürs Zusehen Leute und... Bis später.